Musik Na ihr? Willkommen zu diesem 4 Häuser bauen Mein Name ist Shemaine Jean und ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt Ich hatte es hinbekommen mit den Säulen und ja, ein bisschen Fummelarbeiten, aber ich habe doch herausgefunden wie man das ganz einfach macht Das heißt, ich habe die Säule hier vorne genommen und dann ganz langsam nach da gezogen, dann ging das So Jetzt habe ich schon mal 2 Schlafzimmer eine, ich weiß nicht Entweder soll das hier die Küche werden oder doch ähm, also Küche und Esszimmer zusammen oder doch eher ja, was soll ich denn dazu sagen vielleicht Stube, Wohnzimmer oder Küche Mal schauen Ähm, hier unten Wollte ich das eigentlich auch umändern 2 Zimmer oder so oder 1 Zimmer Das müssen noch mal weiter runter Das wird hier wieder nicht passen Das ist das, was mich wieder nervt Genau deswegen halt, ne Hier sind 4, da sind 3 What the hell? Da sind 3, da sind 4 Dinger Was soll das? Da müssen 4 sein Das heißt, ich muss noch einen weiter Dass hier 4 sind Das kann ja alles so bleiben Hm Das heißt, ich müsste hier noch weiterziehen Um 1 Um 1 Ach Mensch, das ist doch echt Nein Nein Ach ihr Dosen Ach Mann Das ist doch echt blöd ist das So war das genau Ach das ist ja doof Ich guck erst mal hier So Hm Dann muss ich hier wieder Ach Mensch Das ist doch Ich weiß auch nicht Ich Bin hier nur am Ah, jetzt weiß ich Die Tür kommt jetzt weg Ähm Da müssen ja 4 Das heißt so 1, 2, 3, 4 So Ich hoffe, das ist jetzt diesmal richtig und es ist fertig Wenn es nicht so ist werde ich sauer So Ah Ah Dann kann auch zum Fenster auch hin Ja Das ist doch cool Ich brauche hier noch so eine Säule So Jetzt muss ich die Säule noch machen Och Mann Da muss ich was weg machen Da muss ich was hin machen Ich will die Seite Hallo Oh Immer diese Das nervt immer dieses Schild Das mit dem Entfernen Schild da Das geht mir schon tierisch auf dem Senkel Vielleicht euch ja auch könnt ihr mal dazu schreiben Keine Ahnung So Ja Ist ein Pool halt ein bisschen größer geworden Nicht schlimm Ah Und dieser Bereich wird auch noch ein bisschen Erweitert würde ich mal meinen So Ja Jetzt ist wieder hier doof ne Wo mache ich das so weg Ist auch okay Jetzt bin ich am hier überlegen Ich brauche ja noch zwei Badezimmer Ach ja hier das Dach Nein Was habe ich Ich drücke immer auf Entfernen Sollte ich mal echt abgewöhnen So Und ich brauche ein Badezimmer Ja Ja Es wäre schön wenn hier es gehen würde Ich mache doch hier das zwei Ja ich glaube ich mache das so Ein Schlafzimmer und ein Badezimmer Hier Schlafzimmer da Badezimmer Da drüben auch Ja Würde ich eher so machen ne Dann ist hier halt leer Was kann ich denn da machen Hier ist doch ein bisschen leer Dann mache ich hier das Esszimmer oder nicht Ja Dann ist da das Esszimmer So Den ist da das Esszimmer Aber warte mal Wenn ich das so mache Und Hier mache und das da weg Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus Ich weiß Ach Mann Was wird das hier Nee Das wird Das wird doof Warte mal Nee 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 Dann sind das hier drei Und dann kommt eins hoch Ja sorry Aber Ich will das schon richtig haben Ja das ist doch Das passt doch Ja Was passt Was nicht passt Wird passend gemacht Und hier fehlt schon wieder ne blöde Säule Also So Und da unten fehlt nur ne blöde Säule So Was soll das eigentlich immer mit den Säulen Das geht mir voll Den senke Und hier ist auch keiner Aber was soll das mit den Achso Naja das ist keine Runde So Warum verschwinden die eigentlich Immer Das ist echt Nervend So Ich glaube das reicht jetzt auch Diese blöden Säulen Badezimmer Bitte Badezimmer Esszimmer Esszimmer ist das hier Zimmer Zimmer Wieder Küche Für die Küche ist es ein bisschen zu groß Es soll ja Also die Stube Also Wohnzimmer So soll ja Mit Arbeitszimmer Zusammen sein Ja So hab ich mir das gedacht Irgendwas stimmt hier wieder mal nicht So Nein So Ja So ist super Das ist wieder doof Ähm Dann mach ich das Wohnzimmer Und Arbeitszimmer In ein Würde ich mal meinen Würde ich das so machen Dann hab ich hier So eine schöne Kulisse hier Dann ist das hier Die Wohnzimmer 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 Hm Wo könnte ich dann die Küche machen Ach Mensch Ach Was Will die Säule hier drin denn Ach Mensch Kannst du dich nicht nach draußen Verpieseln hier Komm Geh nach Draußen Und du Gehst auch nach draußen Der muss hier die Küche hin Würde ich mal meinen Ich muss jetzt mal gucken Ja Ja nee Das ist ein bisschen So Dann würde ich sagen Das ist jetzt die Küche Ja Und das gehört zum Flur Ah Ich brauche ja noch Ein Schlafzimmer Hi 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 Witzig 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 Es ist lustig Hm Ich kann das schon noch... Ach nee, noch andere Humpel. Hä? Ach Mensch. Ich brauch ja drei. Ich wollte ja eigentlich noch einen Sim dazu holen zu Marung und Ben. Ich wollte eigentlich, dass es auch ein bisschen lustig wird, wenn ich aufnehme. Kann ja nicht immer alles so normal sein. Das wird jetzt ein Schlaftuch. Nein. Die Arme. Oder der. Also hier ist Ben und hier ist Maron. Och, was ist mit meinem böses Headset hier los? Oder ich nehme jetzt eins hier weg. Wenn ich nur eine Treppe habe, dann kommt hier noch ein Schlafzimmer hin. Könnte ich machen. Ach man, immer das Umbauen hier. Das ist... Doof. Das leuchtet noch nicht mal, ne? Man weiß gar nicht, ob ich da wirklich drauf drücke. Dann kommt das hier weg. Dann kommt das hier weg. Dann ist unten das S-Zimmer. Sorry, sorry. So. Ja, das war aber echt schön, was ich da gemacht habe. Warte mal, wie viele Kästchen hatten die? Ich will ja schon, dass es gleichberechtigt ist. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nach oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Und so. Das ist doch... Ups. Es war ja klar, dass das wegfällt. Hahaha. Du blöde Säule. Ich will, dass die blöde Säule hier ist. So. So, dann haben wir das doch schon mal geregelt. Oh, warum ist mein Mikro so nah dran? Das kann ich überhaupt nicht haben. So. Und. So. Und dann brauche ich hier noch eine kleine Tür. So eine, so eine süße Tür. So eine schöne. Hier so eine. Das ist doch schon mal schön. Ja, das gefällt mir schon mal so. Ah, ich brauche hier ein bisschen mehr Licht. Ja, das geht ja nicht. Aber das geht hier wieder. Dann muss das so... Dann muss das weg, dass es gleichmäßig aussieht. Sonst sieht es doof aus. Und die Beine mache ich auch weg, so. Sieht ja wirklich doof aus dann. Oder es kommt sogar einfacher nach. Ah, nee, ich lasse das so. Ich lasse das so. So ist doch ganz gut. So, dann habe ich drei Schlafzimmer, drei Bäder. Das reicht. Ja, das muss ja das Wohnzimmer werden. Das mache ich aber schwarz unten. Das ist die Küche. Und hier ist das Essbereich. Also Esszimmer. Ja. Ein durchgegner Gang. Ich kann auch schon eine Schräge machen. Das wäre doch auch cool. Ach, nee. Ich lasse das so. Da fehlt die Tür. Die Tür fehlt. Oh, nein. Jetzt ist die Tür da. Aber was mache ich denn da unten? Was für ein Boden könnte denn da hin? Oh, irgendwas schniekerhaftes. Ich finde diesen Boden total schön. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich finde den Boden total schick. Aber ich weiß nicht, ob es passt. Ich weiß nicht. Aber es gibt auch nicht eine andere Farbe. Leider. Ja, das sieht doch okay aus. Der Dach. Dach, 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 Dach. Das sieht doch auch cool aus. Aber jetzt Boden. Aber in einer Farbe gibt es das auch. Nicht doch. Oder in schwarz. Wie sieht das aus? Scheiße. Okay. Lass ich sein. Ein Dach wollte ich ein bisschen... Bisschen zu hell. So. Gleich dunkler. Oder doch die Farbe. Bisschen zu, ne? Oder ich ne schwarz. Gold? Was ist Gold? Geht gar nicht. Oh, iiii. Das sieht total ii aus. Kiesdach. Das gefällt mir schon mal. Oh ja. Das gefällt mir schon mal. Aber das sieht nicht so weiß aus. Das sieht ja eher... Hm. Das ist schon heller. Ist das heller als das? Ach, jetzt. Ah, okay. Jetzt ist schön. Ich kann auch das nehmen, ne? Nee. Kies sieht schon cool aus. Hat irgendwie was. Das würde ich aber auch so lassen. Also wenn noch so... Gebilde... Keine Ahnung. Diese gummischen Dächer da. Ich könnte mir noch so ein schönes Dach zusammenschustern. Aber ich hab da irgendwie... Ich glaube, ich lass das so. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ist zwar modern. Nur deren. Nur deren. Ich kann aber... Wartet mal. Ich kann, ich kann, ich kann... Aber ich weiß nicht. Ach nee, ich lass das mal. Vielleicht mach ich das doch noch. Kann ich hier so ein... Dings noch hinbauen? Nee, das war ja klar, dass das nicht gibt. Schade aber auch. Dann hätt ich hier noch so ein... Hier oben so auf dem Dach... ...so ein Brunnen hingebaut. Wo dann so ein bisschen... Das wär doch mal nice gewesen. Aber natürlich kann ich das... Ach, geht natürlich auch nicht, oder? Was ich das hier mache? Das würde gehen. Mensch, das würde sogar gehen hier. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich mach's weg. Ich wollte da eigentlich schöne Pflanzen hinmachen. Eigentlich wollte ich eigentlich dazu einen Garten haben, ne? Jetzt hab ich keinen Garten. Egal. Ich brauch keinen Garten. Ich hab keinen Bock auf Unkraut. Macht eh nur Arbeit. Ich lass das mal hier. So, das ist die Küche. Dann mach ich das so. Das ist doch schön. Hier die Küche und so. Das ist doch schon mal fein. Ich kann auch so ein Wohnen nehmen. Aber nee. Die Küche, 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 Küche. Weiß ich eigentlich. Hier ist noch so ein anderer Boden. Aber nee, der gefällt mir nicht. Den ich jetzt habe. Der sieht schon gut aus. Oh, das finde ich schön. Oh, das sieht gar aus. Aber. Ich nehme mir aber das. Für die Küche. Dann kommt hier noch so ein Teppichboden. Wollte ich so einen roten. Nee, das ist... Da sind zwei, da sind zwei, da sind zwei, da sind zwei, da sind zwei. Das ist doch schon mal. Nee, sag nicht. Ach, die sind so blöd. Du doofe Säule. Du gehst da hin. Sag mal, diese Säulen, Mann. Das nervt. Warum können die nicht da bleiben, wo sie jetzt sind? Warum nicht? Diese Säulen, ey. Diese Säulen. So. Dann habe ich das soweit. Dann brauche ich jetzt nur noch eine schöne Wandfarbe. Die ich ganz schnieke. Die gefällt mir. Aber dann muss ich hier... Dann muss ich das doch vielleicht ändern. Unten der Boden. Dann weiß machen. Oh ja, das sieht doch auch cool aus. Nice. Sieht ja auch schön aus. Und weiß. Ach ja, das lass ich mal. Komm. Das soll er ja auch noch, die Farbe haben. Oben soll genauso aussehen. Weil es ja auch weiß ist. Also, was mache ich jetzt mit der... Stube, also Wohnzimmer. In hellblau. Welche Farben? Das ist ein bisschen anders jetzt hier. Hier gibt es schon mal rosa. Hier gibt es auch sogar blau. Und in so einer Farbe. Oder in... Gibt es keinen so einen hochrangigen... Schon ein Grauton? Ja, so ein Grauton ist auch gar nicht so schlecht. Lass ich mal so. Ich finde das so geil hier. Aber... Immer die gleiche Farbe hier. Ist auch doof. So. Unten die Küche. Kann gerne... Schwimmbecken. Oh ja. Ach ja. Schwimmbecken. Oh ja, komm. Schwimmbecken kann ich auch. Schick machen. Schneeke machen. Oh ja. Oh ja. Sieht dann noch tiefer aus, als es in Wirklichkeit ist. Oder doch so einen schwarzen Boden. Immer so einen schwarzen Boden. Die Farbe wäre gar nicht so schlecht, weil da müsste ich den Boden wieder ändern. Ja, in der Farbe dann, dann ist es okay. Dann mache ich jetzt oben mal gucken, ob ich hier alles fertig habe. Ja, so weit habe ich hier alles. Und dann werde ich jetzt mal die Folge beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Ciao. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Tschüss.